Aber... Es vibriert. Ja. Ich hab ja so einen Knall. Knall, Knall, Knall. Ich mob dich. Du mobst mich. Wir beide mobbeln uns. Das mag ich nicht. Weil du mobst mich. Ich mob dich aber auch. Ja, irgendwann. Irgendwann kommt einer und der macht uns einen Songtext. Ja. So schlimm, Leute. Irgendwann kommt das wirklich. Wenn wir ganz viel YouTube-Money haben und sowas. Dann kommt das automatisch. Na, bist du gestorben? Nein. Schade. Warum nicht? Da kam mir nur ein Küper von oben runtergefallen. Ach ja, geht ja noch. So, eben fress dich. Fress niemanden hier. Noi. Eben kurz wecken. Weck, weck, weck. Weck, weck, weck. Weck, weck. Okay, da sind keine Monster gerade. Weck, weck. Ich hab die Höhlen gefunden. Endlich. Weck, weck. Weck. Ding 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 ding. Ich hab nur noch gefuckt können. Ding 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 ding. Weck wieder Holz. Nein, jetzt hab ich gekrümmelt auf die Tastatur. Wird grad sagen, da kommt Creeper, aber nein, das war ja ein anderer Gang. nein kein bogen mitgenommen toll ich glaube ich nehme den schild aber auch sei da rauskommt ist ganz lustig aber es ist wirklich zu ich habe doch so eine lange weile hallo spinnen doch schön auf der karte auch irgendwo unter mir oder über mir irgendwo Hi Spidey Boi Irgendwas haben wir mit dem Dach an, mei wenn ich zumindest in die Insel gut besuchen kann Fleisch hat nen Knall Jetzt hast du einen Ohr-Hor-Wurm Tralalalalala Nö, nicht wirklich Nein DidydydydydydydydydydydydydydydIn Bist du nicht so, dass du die selber verpasst hast Nee wie ging das nochmal? Ne das ist das andere oder? Ne das ist das Doe Dydydydydydydиб Haha Aber es hat die gleiche Melodie Reihenfolge wie das andere Wenn ich das andere Dydydydydydydydydydydydy denn den lüden hat fast die gleichen reihenfolge wie gedrängt jetzt kann man wenig sie wiser jagen das hört ihr mich verarschen mit einem zombie komplett nächsten ein bisschen hart party hat party hat nach wie gesagt dass wir das machen soll es nein ein kleines problem dann oder mehr nein und spitz und wird skeletten und sie keine monzen und wollte mich verarschen nehmen kommen so viele und ja ja ich will ich euch noch schlachten naja wo ist denn jetzt der röse ja wenn meine spitze haben um rauszukommen deswegen komisch komm 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 zu mir komm und du hast ja sogar eine brücke gebaut braver junge alle skelette seid ihr nervig hier in der hölle ich weiß nicht warum man das eingefüttert dass man auch skelette in der hölle findet keine ahnung sind ja noch nerviger ja um dich zu träumen aber so richtig hart sterben sinnvoller kotzlohn-router nein jetzt habe ich aufgepasst wieder runter dafür nein nein zurückersendet werden können nur eine spinne hallo voll daneben jawoll ich sag nur clap-trap scheiß clap-trap scheiß clap-trap ich geh drauf oder so kein weg raus ohne mich hoch zu weg 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 meine zuschauer sind jetzt gerade ein bisschen wenig das ist nichts neues ich mich gerade so gerade nach oben baue vor allem ja vor allem gerade gar nichts mehr gesehen mit einmal warum auch immer weiß ich natürlich nicht kann ich nicht du es da gewesen mit einmal sag nicht ich komme über wasser raus doch nein 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 das ist doch zum kotzen hier mit dem tag blaze da kam eben Sand drunter mal eine fresse war das knapp du es weg 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 scheiß dinge zombie da kommt natürlich noch ein skelett jetzt so hier kam auch nichts raus ich mach gleich wieder ein heimweg ey ich krieg's kotzen hier ne alter ja kriegst du cool find ich cool find ich euch drei hier meine mob vermissen wir noch nichts tun dann ist eine farm aber komisch gebaut worden ne eigentlich nicht aber jetzt kam ein zombie runtergefallen mit einmal ich bekreide wenn man davon spricht scheiße das ist immer echt komisch naja aber nur ein zombie Cheat steinschlag du laberst doch einen scheiß pfff ah hier kann man gar nichts machen richtig ähm kann man nix machen richtig ähm 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 ja nein ist alles wieder gefallert Cobblestone im Winter fuck ich knicken 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 warte tipp 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 wo fehlt den Cobblestone eisen ist auch kein mensch ach menno die hölle nervt ja wieso lass mich kurz da rum spuck dir wegen irgendein scheiß und gas wieder rum oh den du dann nur nicht mal auf der Karte siehst aha oh nein ich kann man es in den Arm aber wirklich pigments dich töten würde aber kann ähm so lassen wir mal ich kann dich ja eh gewünschen und wünsch mir eh eh kein Glück nö warum sollte ich wegen was Sacken verzauern mhm achso du hast Glück hab ich eh nicht doch Hamburg ging dreiß drauf nur ja nur haha war irgendwie so klar ja hätte ich dir jetzt kein Glück gewünscht dann hättest du es bekommen das ist ja schlimmer haha doch war letztes mal auch schon so nein binz ich nicht maul als hau es ist haltbarkeit auf Oh, wenigstens Haltbarkeit drauf. Oh mein Gott. Mhm. Oh mein Gott. Shader kann man eigentlich schon wieder aktivieren. Mittel, okay. Donor. Ähm, ja. Eine Stunde haben wir jetzt. Eine Viertelstunde noch, dann haben wir, glaube ich, dann haben wir fünf Folgen, ne? Ja. Damit kommen wir die Woche immer hin. Haben wir auch. Normalerweise brauchen wir, glaube ich, vier, ne? Dienstags, Sonnastags, Samstags und Sonnags, ja. Ja. Normalerweise vier, aber fünf ist immer gut. Jo. Ja. Und da das andere ja auch irgendwie, glaube ich, was acht Folgen waren. Ja, das jetzt waren auch schon so viele. Wir haben ja genug eigentlich jetzt im Voraus. Wir haben jetzt nur gesagt, ich weiß auch nicht, warum wir das eigentlich die Woche so machen. Schön, die ganze Zeit. Und was? Und wir klären aufnehmen? Ja, irre aufnehmen. Keine Ahnung. Hätte ich jetzt frei, dann würde ich sagen, kaum kein Problem. Mach ich mal eben fertig. Zwei, drei Stunden. Rendern beide. Nach dem Rendern, nach vier Stunden, sagen wir mal, alles fertig. Gleich direkt nächste Runde. Ja. Dann wieder rendern lassen. Vier Stunden. Dann kannst du schlafen gehen. Kannst du auch stehen und gleich wieder direkt durchziehen. Ja. Aber wir haben ja keinen frei. Montag, 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 Montag. Das ist frei zum Beispiel. Montag habe ich auch frei. Ja, siehst du? Ja, aber Montag, ja. Aber Montag haben gehe ich ja nie Nacht. Ja, ja. Macht ja nichts. Das macht ja nichts. Aber wenn du Montags tagsüber frei hast, dann ist das ja was anderes. Ja. Wenn ich mich kenne, bin ich jeden Montag schon wieder um zwölf wach. Wenn ich Nachtschicht habe. Ja, das ist immer so. Geht's halt ab. Ja. Du, ich hab da kein Problem mit. Muss noch alles fertig werden. Muss ich auch lohnen. Muss ich auch irgendwann lohnen. So, hat meine Falle funktioniert. Kann ich mich eigentlich mal eben kurz hier vorne hinstellen. Da kommen, glaube ich, die Monster angewischt. Sogar freiwillig. Aha. Ich will mal, wo was kommt. Eine Zeit, wo ich hier rumgeruscht habe. Da irgendwas gesponnt ist. Aber wir bekommen. So, okay. Das passt. Dann gehen wir wieder. Elf Erfahrungsmutter. Alles scheiße hier. Wie sieht's mit dem Weizen aus? Könnten wir mal ernten. Und ich könnte man das Ding ja echt so vergrößern, indem du das immer an jeden Schank reinziehst. Und indem du das immer Stockwerk höher ziehst, könntest du das die dann im nächsten Mal ins Wasser reinfallen. In dem Schank und dann immer so weiter. Könntest du, wünsch ich dir aber jetzt schon viel Spaß bei. Nein, ich meinte, das könnte man machen. Weil das würde sogar so klappen. Könnte man. Dass es dann so weit geht, dass die obere Etage dann in den nächsten reinfällt. Ja, sagt, könnte man. Könnte man aber auch sein lassen. Umso größer werden die Etagen und umso mehr Chancen mit einem drin. Umso eher es wollte auch wirklich.